Hi, mein Name ist Christian. Ich bin bereits seit mehreren Jahren im Recruiting- und HR-Consultant-Umfeld mit dem Fokus auf Softwareprofile tätig. Unser generelles Anliegen ist es, dass wir uns je nach Verfügbarkeit der Teilnehmer so schnell wie möglich persönlich kennenlernen. Und das entweder über ein Gespräch vor Ort oder online über ein Videointerview. Als Kandidat stehst du dabei bei uns an erster Stelle. Dementsprechend sind wir bestrebt, den Bewerbungsprozess für dich so angenehm und lean wie möglich zu gestalten. Entsprechend der vielfältigen Möglichkeiten gibt es bei Bosch in Abhängigkeit von der Stelle unterschiedliche Bewerbungsprozesse. In der Regel findet jedoch ein Fachgespräch statt, wo eher der Schwerpunkt auf den inhaltlichen Themen der Stelle liegt, als auch ein daran anschließendes HR-Interview, wo wir mehr Bezug auf deine Motivation, deine Persönlichkeit und deine Entwicklungsperspektive legen. Wie genau dein Bewerbungsprozess aussieht, darüber informiert dich dein HR-Ansprechpartner, der dich bei dem kompletten Prozess begleitet. Wir wollen uns gegenseitig kennenlernen. Dementsprechend ist es uns wichtig, dass sowohl du als auch wir nach dem Gespräch eine gute Ausgangsbasis für eine jeweilige Entscheidungsfindung haben. Grundvoraussetzung dafür ist ein vertrauensvoller Umgang. Sei bitte daher so, wie du bist und zeige uns, was sich als Persönlichkeit ausmacht. Das bedeutet allerdings nicht, dass du alleine auf dem Präsentierteller sitzt. Auch wir bewerben uns bei dir, stellen uns vor und freuen uns mehr, über dich zu erfahren, wie beispielsweise, was ist dir wichtig bei der Arbeit oder wie stellst du dir vor, gegebenenfalls noch vorhandene Wissenslücken für die Stelle zu schließen. Das Gespräch soll dir auf Basis eines persönlichen Eindrucks die Chance ermöglichen, für dich abzuwägen, ob die Position zu deiner eigenen Erwartungshaltung passt. In diesem Zusammenhang ist es uns wichtig, dass du dich traust, uns Fragen zu stellen und dir vorab zu überlegen, was du von uns wissen möchtest. Der Recruiter wird dich dabei Schritt für Schritt über den potenziellen Next Step informieren. Gegebenenfalls ergibt sich dabei auch die Möglichkeit für dich, Teammitglieder kennenzulernen oder den Standort zu besichtigen. In unserem gemeinsamen Interesse möchten wir die Rückmeldedauer so gering wie möglich halten. Je nach Stelle sind mal mehr, mal weniger Personen in die Entscheidung involviert. Nutze daher unsere Rückmeldezeit, für dich das Gespräch nochmal Revue passieren zu lassen und kontaktiere uns jederzeit gerne bei aufkommenden Fragen. Wir melden uns so schnell wie möglich bei dir.